Hallo Leute, Kappa Bär ist wieder da. Trommelwirbelho... Heute mache ich eine Kahnallzerstörung gegen das Horrorhuhn, der nicht mal seine eigene Stimme benutzt, Kappa. Sein beliebtestes Video ist eine YouTube-Kacke über Spunggebob. Äh, so gut, Gary, pass auf, das wird ein eisenhartes Rennen, du bist die Außenseiter- Mein beliebtestes Video ist das hier. Doggy ist mein Hobby Wenn ich dich sehe, frag ich mich nur. Angeblich ist dein Schwanz 3 Milliarden Millimeter groß. Wie lang ist dein Schwanz in Millimeter? Ich kann mit meinem Schwanz Häuser in der Türkei zerstören. Die Türkei ist von Frankfurt ca. 3000 Kilometer entfernt. In Millimeter umgerechnet sind das 3 Milliarden. Ich glaube es dir nicht, allerdings möchte ich auch kein Bild.